Ja, in Grain da ist es kalt, wie man es heute gewohnt ist. Die Pisten sind super beieinander. Es ist ganz gut zu fahren, es ist heißig, schnell. Und dann hoffen wir, dass es da gut geht. Ja, da in Grain ist es heute wieder ganz schön. Die Piste ist wie immer in super Zustand. Und ja, perfekt, perfektes Wetter. Und schauen wir mal, was raus schaut am Samstag. Das Version wirdedaust einen Tag für Mischwerk der하unsten Seiten. Also bist du durch Mischwerk tienes, wie schiefst du dich? dann kannst du frem ved, dass du in der Pete Gärsel hast. Ja wir sind nicht,100 Stunden.